Läuft ihr? Oh mein Gott, hast du das gesehen? Nee, was? Wir haben zeitgleich gesneakt und sind zeitgleich wieder hochgekommen. Hab ich nicht gesehen. Es kommt sowas von ins Video, Alter. Hallöche Leute und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft zusammen mit Ben. Ich bin Half-Syre-Gen Ben. Wir haben es schon wieder gemacht. Oh, ey. Ina, ey. Sorry, das war nicht. Creeper. Fand ich voll cool. Ich bin nur ein Half-Syre-Gen. Das ist gut, du musst die unbedingt töten. Alter, wie die rumschwein. Nein, das ist deine Angriffsstärke. Leute, wir spielen heute die Dragon Ball Mod und wie ihr schon hört, bumm, das hier. Ich hab Level-Erdings XP bekommen. Ja, genau. Wir kriegen nicht nur XP, wir kriegen oben links, schau mal, da steht ja so eine große Eins, ne? Ja, ich bin Level Eins. Und darunter steht drei. Power ein Prozent. Bei mir steht drei von 60. Das heißt, ab 60 getöteten Monstern, ich weiß gar nicht, ob das auch bei Kühen gilt, ne, bei Kühen gilt es auf jeden Fall nicht. Kann ich ja ausfinden, oder? Ne, das geht nicht, das geht nicht. Doch, man kriegt auch XP von Schwein. Ja, XP, aber ich meine das da oben, dieses drei von 60, kriegt man nur von Monstern. Deswegen ist es auch Nacht. Wir werden die Monster töten und wir versuchen Level 5 zu werden, denn ab Level 5, Leute, hier ist unser Skillbaum, können wir hier den KI-Blast aktivieren und dann können wir eine neue Fähigkeit hier unten links sind da solche Fähigkeiten. Ich bin nicht weit weg, ich bin direkt am Spawn. Ah, ich bin hinter dir, du bist bei der Spin. Ich habe 37 von 60 schon. Ich habe drei von 60. Nice, nice, nice. Nice, Nina. Produktiv wie immer. Ja, ich musste das hier ja alles erklären. Ich frage mich nur gerade, wo hier die ganzen Monster sind, Ben, weil das dauert nämlich echt super lange, bis wir diese Level zusammen haben. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn wir in Level 2. Ja. Und was steigert man dann? Stärke und so, die ist das? Äh, man kriegt, wenn du V drückst, dann kannst du auch noch, oh shit, hier wollte ich nicht hin. Oh ja, okay, du kannst Stärke, oh ja, das ist cool. Stärke, Attackenpunkte und dies, das, Ananas. Man kann bis zu Level 300 werden, aber da würden wir 300 Jahre auch dann da sitzen. Wenn du irgendein Mega-OP bist, wird das ja auch relativ schnell gehen. Ja, das ist Level 2, jetzt ist der Coolere. Ja, du bist ja eh schon viel weit vorne. Ja, eben, deswegen, ja. Oh, hier geht wieder so ein Skelett ab. Das Geld hat mir gar nichts gegeben. Aber Leute, ich kann euch jetzt was zeigen, was Ben nicht weiß. Das weiß ich denn nicht. Ah, da bist du da. Pass auf, ich probiere es mal. Buh, ihr könnt fliegen. Ich kann fliegen. Wie macht man das? Du musst alt drücken, dann geht das. Juhu. Alter. Alter, das ist ja logisch. Das sieht voll aus. Oh Gott, das ist gar nicht so leicht, die Steuerung. Das sieht aus wie eine Rakete, Alter. Gar nicht so leicht, Alter. Das ist ja ertrunken. Das Gute ist, wir können so viele Zombies und so wie möglich töten. Wir geben dir manchmal keine Dings, kein X4. Ich bin gleich Level 2 enden. Jetzt Level 2. Attributpunkte 3. Oh mein Gott, die XP, die ich brauche für Level 3, sind doppelt so viel wie für Level 2. Ja, aber es ist machbar. Es ist auf jeden Fall machbar. 100 Pro. Vielleicht müssen wir auch mal das Biom wechseln oder so. Weil so viele Zombies sind hier gar nicht. Ich benutze meine Attributpunkte, Idina. Deine Attributpunkte? Was soll ich nehmen? Stärke, Kunst, also Stärke, Herzen, Willenskraft, Mind, Spirit. Doch ich weiß gar nicht, was das alles macht. Hä, wo bist du denn eigentlich? In welchem Feld bist du gar nicht? Ich weiß gar nicht, wovon du gerade redest. Ich habe V einfach gedrückt. Die Attributpunkte für Level Up. Attributpunkte für Level Up. Ja, man kriegt Attributpunkte für V. Warte, warte, warte. Ich muss hier gerade einen krassen Kampf gegen Endermann ausführen. Endermann gibt es bestimmt viel XP, Alter. Okay, Attributpunkte. Und wo sind die? Kannst du dir so ausrufen? Ja, du kriegst so viel Level Up. Ah, ich habe drei Attributpunkte. Oh, cool. Ich nehme auf jeden Fall Stärke. Ja, ich weiß bei den anderen gar nicht, was die macht. Einen Attributpunkt würde ich immer übrig lassen, weil den brauchst du ja noch für deinen KI-Blaster brauchst du auf jeden Fall. Ja, gut, aber da gibt es ja erst mit Level 5. Da kann ich ja jetzt noch alles wegballern. Ich mache dreimal Stärke, let's go. Dann Kondition, Alter. Dann Kondition des Herzens. Ah, stimmt. Dexterity könnte, könnte vielleicht bewegen, also Bewegungsgeschwindigkeit vielleicht? Ähm, genau. Wird mal gut drauf. Die dritte Fähigkeit ist Geschicklichkeit. Achso, und das macht dann was? Vielleicht weniger Fallschaden oder schneller laufen oder so. Ich glaube, das kann auch sein, dass man dann weiter die Monster wegschlagen kann, weil das hatte ich, äh, ich hab, ich hab das natürlich alles, äh, hier auf Herz und Nieren geprüft, ob das hier auch alles funktioniert. Könnte auch sein. Ah, ich sehe. Das könnte auch sein. Und das ist wehens? Ah, das erhöht die Verteidigung. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Ah! Oh! Na, äh, Gina, ist ja noch eine Frage. Ja, bitte. Ach ja, okay. Ich würde sagen, es ist normal, dass man keine Herzen hat. Man hat ja oben da die... Ja, man hat da oben diese, diese Dinge. Oh, nein! Äh. Oh, da jetzt bin ich in der Höhle. Das wurde ich aber nicht. Ah ja, da sind meine nächsten Opfer. Hallo, ihr Süßen. Nicht meinen Zombie hier kaputt machen! Das ist meiner. Ich brauche mehr Stärke. Die Kieb explodiert immer bei mir. Und level up. So schleunigst. Stimmt, Stärke. Stärke ist echt praktisch. Dreimal Stärke. Boom, boom, boom. Ja, aber ich habe das Problem, Elina. Ja? Guck mal, du hast ja da rechts nochmal diese anderen Fähigkeiten. Siehst du? Äh, ja. Und da bleibt Mili bei mir bei null. Das ist normal. Welche rechts? Die anderen Fähigkeiten bleiben bei dir null. Die Fans KI-Power. Was hast du für eine Battle-Power? Wird oben angezeigt. Battle-Power. Null. Null? Bei mir steht da null. Der grüne Balken? Ja, ja. Null. Ich habe 76, was aber auch nicht, wie der sich fühlt. Vielleicht hast du einfach deine Attribute. Oh, Scheiße. Ah, da sind noch mehr Zorgen. Ich brauche noch mehr Attrib. Gute. Aber ich bin schon bei 139. Also, das ist doch eine gute Bilanz. Ja? Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Guten Tag. Ich bin ja dicker Monster-Flexen-Aller. Ich bin auch ein Monster-Flexen. Aber ich verstehe halt vieles nicht. Flex, 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 flex. Sagst du so, wie es ist, ich verstehe einiges nicht. Ach, das ist eigentlich, eigentlich macht das alles Sinn. Ja, aber was ist denn zum Beispiel dieser pinke Balken da links? Der pinke Balken? Oder lila oder was so. Ich glaube, das ist deine, wenn du deine Fähigkeit aufbrauchst. Ah, wir haben hier einen Sandbiom. Level 4 bin ich schon. Aber wenn du bist, du gerade... Hey, hast du das so schnell gemacht? Ich habe die ganze Zeit fleißig meine Zombies hier getötet und meine anderen Dinger. Level 4. Boah, wir können ja mal... Okay, wir sagen ab jetzt nicht mehr, was wir alles aufleveln. Und dann, dann machen wir einen Battle am Ende noch. Ein Super Saiyajin Battle. Achso, ja. Äh, ja, ja. Geschicklichkeit könnte doch der mit Spogen sein. Ja, Bogen als Super Saiyajin glaube ich eher weniger. Vielleicht, dass man schneller zuschlagen kann. Oder das, das ist ja, stimmt. Hä? Locker ist es das. Ja, Mann. Man, ich habe Hunger. Ich habe kein Essen. Aber Essen brauchst du ja eh nicht. Guck mal, du hast so viele... Man regeneriert, glaube ich, auch so, ne? Ich regeneriere so. Ja, ja. Ja, der Mann ist ja auch ein Haupt Saiyajin. Ja, ist ja auch schon ein krasser Typ, ne? Man ist ja nicht ohne Grund Saiyajin. So, das ist auf jeden Fall mega praktisch, das, ja, easy peasy, äh, nicht sterben. Das sehen wir als erstes Level 5 ist. Ich glaube, ich hole auch, ehrlich gesagt, Regat. Du holst auf. Oh Gott, ich habe ja noch hier ein paar Punkte zu vergeben. Ich kann halt nicht sprinten. Das nimmt mir natürlich ein bisschen Zeit. Aber du kannst doch fliegen. Ja, ist ja ganz schön, da. Oh, ich bin so kurz davor. Ich habe 206. 219. Das ist relativ knapp. Echt? Bist du von 206 auf 219? Keine Ahnung. Du kriegst immer nur eins. Du kriegst immer nur eins? Ja. Hörscher! Ich hätte dieses Fliegen mehr benutzen sollen. Das war echt schnell. Ja. Und Gott sei Dank machen die Skiletten... Level up! Oh, scheiße. Ich hatte es auch, aber ich habe es dir gesagt. Ja, es ist nicht gesagt. Das ist wie Uno. Damit verloren. Was? Naja, ist wie Uno. Muss man auch sagen. Okay. Ben ist jetzt da. Der sieht übel zerschossen aus. Ich sehe auch nicht gerade viel besser aus. Leute, habt ihr das eigentlich schon gesehen? Wir haben einen Schweif hier hinten dran und so eine komische Abruf. LOL, wenn du sneakst, sneak ich auch. Deswegen haben wir das immer gleichzeitig gemacht. Ach so. Nein, ich Idiot! Was hast du gemacht? Oh. Was hast du gemacht? Ich habe gar nicht einen Tributpunkt mehr. Oh nein. Oh, du Idiot. Aber die kriegst du ja eh schnell. Ich bin so dumm, ey. Okay, ich habe die Fähigkeit jetzt. Dann mach mal. Und jetzt muss ich meine... Welche hast du? Du kannst ja verschiedene. Welche hast du? Hä? Wie, ich kann verschiedene. Man kann doch nur den einen für Level ableveln. Key Blast? Äh, KI Blast? Ja. Ach, der Lina gibt es ja super, super Saiyajin 2. Alter, 100. Level 900. 1000, Alter. Das ist krass. Okay. Jetzt zeigen wir, was du kannst, Alter. Okay. Ich habe das hier auf der 1. Und aktivieren tue ich das mit. Warte mal nochmal. Jetzt sinkt auch der blaue Balken bei mir. Ah, du ziehst mir aber nichts ab. Ich ziehe dir gar nichts ab? Nö. Oh Mann. Oh, mein blauer Balken ist jetzt zu. Pass, äh, ist jetzt zu. Ist jetzt weg. Und jetzt pass mal auf, Ben. Der lädt aber wieder auf, ne? Der lädt auf. Aber ich kann das natürlich auch hier beschleunigen. Pass auf und lerne. Ah, scheiße. Falscher Knopf. Immer noch falscher Knopf. Äh. Warte. Ich muss in die Scheu rumgucken. Ja. Oh. Oh. Jetzt lädt sich das auf. Ah, das kenne ich. Ja, das ist so dieses Aufladen. Ja, das ist Aufladen. Ja, ja, ja. Und aufgeladen. Lass mal gegen einen Mock. Lass mal, schieß mal den Creeper ab. Wo ist der Creeper? Da ist er. Ja. Wir fliegen hin. Es ist ein Meter. Ich meinte den anderen. Aber egal. Oh, ich habe was anderes gemacht. Verdammt. Hinter dir ist der andere Creeper. Ah. Komm. Stirb. Stirb. Naja, es ist die erste Fähigkeit. Man darf es auch nicht so viel verlangen, ne? Das ist halt so ein Pillow. Oh, ich muss mich wieder aufladen. Holla, hab ich den weggeschlagen. Du musst dir nicht helfen, das ist doch ein Schwert. Ja, gut, okay. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit der Faust auch ganz schön viel Damage machen. Ne, mit der Faust macht man gar kein Damage. Das habe ich auch getestet. Okay, Ben. Wollen wir dann ein kleines, kurzes Battle machen? Ja, du mit deiner Superfähigkeit hier, oder? Ja, meine Superfähigkeit, die nichts abzieht. Okay. Ich bin ready. Moment, ich habe noch ein paar Skilled-Pots. Habt auf jeden Fall, soll ich sagen, wie ich es verteile? Ne, ich sage nicht. Das ist ein Geheimnis. Okay, Ben und ich haben uns jetzt einen Käfig gebaut. Los geht's los. Drei, zwei, eins. Hey! Oh, scheiße, es sind alle. Hatte eh nichts dafür zu. Oh nein. Oh mein Gott, Elida, ich bin der beste Dragon Ball Kämpfer ever. Okay, vielleicht müssen wir trinken. Jetzt bin ich dir zu sch... Du siehst ja auch nichts auf diesen kurzen Bereich. Ah, ich glaube, die Hälfte haben wir jetzt. Hm? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich habe noch sehr viel. Ich habe auch noch viel. Oh Mann. Oh Mann. Ich gewinne ihn wieder. Du gewinnst doch nicht, never. Du bist gewinne ihn nicht. Alter, fertig. Du bist nur ein halberes Zaya-Gin. Ich bin ein ganzer. Ja, aber es kommt auf die Stärke, nicht nur auf den Rang. Stärk-Scheiße! B样, Bipi, hattest du noch, Bipi, hattest du ihn noch kurz schnell, kuck schnell. 100. Alter, 100, Mann, ey. Ja, Mann. Okay, Leute. Jetzt ist hier der Fullside-Gin. Na gut. Alleine Biene. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr Austausch ist, Dáil einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst doch ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.